10 Arten von Mads Cup Videos Ja, Regeln in Yu-Gi-Oh! Ja, ich hatte ein Duell gegen Kart-Journalist und da ist mir etwas ziemlich Dummes passiert und ich habe mich selber gefragt, denn ich habe im Duell gegen ihn einfach mal eine Ash Blossom im Demonstep geworfen und ja, das geht nicht! Willkommen zu dem schnellsten Duell! Hier seht ihr mein Mads Cup Duell! Ja, mein nächster Gegner ist Obertin und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er spielt und genau deshalb frage ich jemanden, der es vielleicht wissen könnte. Was denkst du, hm? Was wird Obertin spielen? Hm? Weißt du, was Obertin spielt? Hm? Weißt du, was Obertin spielt? Ja, mein Gegner fängt hier jetzt an. Er fängt einfach an mit einer Set Pass und ja, wir haben den Topf, was ziemlich, ziemlich gut ist. Wir können hier einfach zwei Karten ziehen, verlieren jedoch... Hm, ich habe leider noch keine Videodee... Wer bist du denn? Wer bist du? Äh, ich wohne hier vielleicht? Ach ja! Was willst du? Naja, trainieren! Okay! Ja, deine Leistung war bisher jetzt nicht so berauschend. Also, let's go! Okay, let's go! Nice! Hm, da muss ich jetzt überlegen... Ah, schwierig... Sag nichts, du gehst auf jeden Fall in die Wanne. Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte weiche, schwierige Tour. So, du willst es also unbedingt auf die Tour, ja? Ja, der Matz-Cup geht in die weitere Runde und ich muss dieses Mal ran gegen Hobby-Liga. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich hatte ich ein richtiges Video geplant, aber leider habe ich keine Zeit gehabt. Deswegen hier jetzt hier einfach nur ein einfaches Ankündigungs-Vise. Also, wenn ihr das Duell einfach sehen wollt, schaut einfach mal bei Hobby-Liga vorbei. Ich verlinke ihn jetzt auch hier in der Endcard. Schaut das letzte Duell zwischen mir und Hobby-Liga an. Ist auch das letzte Duell im Matz-Cup in der Vor- und Rückrunde zusammen. Und ich würde sagen, viel Spaß!